ja hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren teil der beer tasting videos von einer seite heute natürlich wieder mit einem bier vom lieben marco schöne grüße an dieser stelle wieder heute haben wir das berliner bürgerbräu premium pilz erinnert mich so von weitem wenn ich es sehe also das etikettet mich ein bisschen an paulana weiß jetzt nicht warum ich das jetzt gerade so assoziiere aber von der farbgebung und so weiter erinnert es mich ziemlich an paulana eben fein würziges vollmundiges premium pilz ja schauen wir mal ob es tatsächlich so ist seit 1869 jetzt nicht so alt für die verhältnisse manchmal schauen wir mal ob wir hier wieder eine überraschung erleben oder ob es wieder sich so verhält wie beim bärenbräu okay da riecht man jetzt schon die herbe schon wenn man das wenn man das ja wenn man die flasche schon öffnet dann schauen wir mal glas ist frisch ausgespült da streiten sich ja bis heute noch die gemüter ob man das machen soll oder nicht wegen der schaumbildung und so weiter vielleicht gehört sich deswegen nie schauen bei meinen bier tastings so definitiv pilzfarbe wieder so wie man so wie es sich gehört kohlensäure mache ich jetzt nicht allzu viel aus aber sieht auf jeden fall ansprechend aus von der farbe her schon dann wollen wir doch gleich mal einen geruchstest machen am ersten im glas da steigt das aroma ja noch mal etwas mehr import auch wieder sehr typischer pilzgeruch und die herbe riecht man hier wie gesagt schon also ich befürchte dass es sehr sehr herb wird ist ja für pilz nicht unüblich aber ich mag es halt nicht wenn es zu her ist dann probieren wir mal prost auf euch der gersten malz kommt gut nach vorne und es ist gar nicht so her wie ich befürchtet habe von der herbe her ist es sehr ausgewogen das brauwasser ist anscheinend auch recht mild also es fließt gut den hals hinunter und im mund fühlt es sich auch sehr geschmeidig an also der hopfen ist hier wirklich mehr im hintergrund und im vordergrund spielen sich mehr diese malz töne ab ich bin ja normalerweise nicht so der malz fan aber hier schmeckt es doch fast schon nach einem malz bier finde ich also ist jetzt meine persönliche wie soll ich sagen meine persönliche einschätzung und vollmundig ist es durchaus auch es hat auch einen etwas längeren nachgeschmack also bleibt auch im mund haften der geschmack es ist jetzt nicht wässrig gefällt mir relativ gut es ist jetzt zwar nicht so gut wie das schuld heißt dass wir auch schon dran gehabt haben aber ein durchaus trinkbares ich hätte mir zwar noch ein bisschen mehr hopfen geschmack noch zu diesen malz tönen dazu gewünscht aber das ist meckern auf hohem niveau und muss sagen berliner bürgerbräu ist ein gutes pilz kann ich empfehlen gebe ich vier von fünf punkten ist es mir durchaus wert und ja den rest werde ich jetzt hier noch vernichten und dann sehen wir uns beim nächsten biertesten auf euch und vielen dank fürs zusehen euer silenz im hunderten und jetzt macht es gut